Willkommen zurück zu Happy View. Wir sind wohl ausgeruht. Ich könnte mal gucken, ob wir Hunger haben und Durst. Beides. Äh, Kuchen. Tee. Wie viel Durst haben wir noch? Alles perfekt. Gut, wir haben die Luke. Und die Musik ist nur dezent nervig. Ich will hier raus. Lass mich raus. Weg. Weg damit. Herrgott, ist das nervig. Ist das hier die ganze Zeit so? Das ist ja mega nervig. Hm. Mega viel Freude, Kabi. Der Chemie-Bausatz, der wandert einfach umher. Alles klar. Äh. Komm. Ja. Hm. Das ist alles noch woanders. Wir können jetzt echt nur zum Turm gehen. Dieses Ding macht mir echt Angst. Oh nein. Was ist denn hier schon wieder los? No, ist doch nicht wahr. Ich muss da, glaube ich, lang, oder? Feindliche Übernahme? Hä? Hier oder was? Oh. Oh, ist doch nicht wahr. Bitte, lass uns noch von diesem komischen Zeugs was haben. Ja. Ich habe das alles aufgebraucht. Jetzt muss ich die Scheiße nehmen. Äh. Das war ich aber nicht. Na, Gott sei Dank habe ich mein Invertal. Nee, der ist ja auch nur... Juhu. Äh. Und jetzt? Oh. Ja, wie komme ich jetzt da hin? Wo ist hier wieder raus? Habe ich die jetzt geöffnet, da? Nein, habe ich nicht. Ui. Aber ich dachte, ich habe die geöffnet. Habe ich nicht. Ach, Gott. Nein, ich wollte das auch nehmen. Mann. Gib mir. Oh, ich glaube, Leitungswasser war auch das Zeug, ne? Oh, ich muss mich verstecken. Ich... Oh, oh, oh. Bin ich hier versteckt? Ja, bin ich. Gut, dann spule ich den Part mal wieder vor. Weil, äh... Oder? Es geht eigentlich... Oh, wir kommen schon relativ schnell runter. Halb ist schon. Der läuft, glaube ich, auch unten lang. Oh, ich hätte mir das aufheben sollen. Ich hätte einfach die Scheiße kaputt machen sollen, diese Freudentore. Und dann hätte ich die Scheiße nicht gebraucht, die ganze Zeit. Mann. Ui. Und wir sind wieder normal. Ich habe keinen Kaffee. Das interessiert die aber auch den Scheiße. Ich kann hier überall rein. Kaputt! Oh nein, was ist da nun passiert? Das verstehe ich hier gar nicht. Ist er kaputt? Oh, Kaffee. Sandwich. Motilenpumpe deaktivieren? Wo denn? Verwirkt das jetzt was, wenn ich die... Oh. Oh, ja, nice. Yay. Mein Name für deinen Kumpel. Oh. Ich bin happy. Ich bin happy. Manchmal. Ja, das war's schon. Wir sind aber nicht lang hinter mir her. Her, aber wie komme ich denn da hin? Oh. Der schnüffelt viel schneller. Ich war's nicht. Oh. Oh. Hallo. Ja, ergibt Sinn. Nichts zu sehen? Ja, hier scheint ja auch alles kaputt zu sein. Und ich darf hier eigentlich auch gar nicht sein. Wupsi. Ja, noch eine Schlüssel. Ich hab mir das mal auf... äh... ausgeliehen. Mr. Bobby? Ach so. Oh, ja, das, äh... sieht natürlich, äh... gar nicht gefährlich aus. War ich jetzt die nächste Polizeizelle kaputt? Ja, ein bisschen unartig ist das schon. Äh... Bringt das vielleicht was, wenn ich... vielleicht aussehe wie ein Arbeiter? Er nicht, wa? Aber man kann's ja ver... mit mir nicht... mit mir dich... ... ... Ist doch nicht wahr. Jetzt wollte ich die mal nur anschwächen. Na gut. Tschüss. Deine Axt. Hackmesser. Blute ich etwa? Oh, ich blute. Jetzt nicht mehr. Hallo? Oh dear, that's not working anymore either. Things have come to a pass indeed. Ich war es nicht. Ich ziehe die Maus, das ist sonst sehr auffällig. Ich war überhaupt gar nicht in dem Bereich drin. Das liegt ja auch einfach so rum. Ich war es nicht in dem Bereich drin. Meine Frau, wenn wir die Quarantin-Gate auf der Pie-Shop für Sie haben, wir müssen alle Quarantin-Gate für jemanden. Nein, Sie würden nicht. Ich bin nicht jemanden, am ich? Verriss die Idee, Frau. Du kannst nur für mich machen. Ich glaube, wir eigentlich nicht können. Unsere Quarantin-Control-Grid braucht ein Framm-E-Stat. Wir haben einen neuen von der Wissenschaftsforschung gekauft. Ich schreibe ein Frühstück am Freitag. Ich erwarte, dass Sie die Quarantin-Gate und den Pie-Shop bekommen. Oder ich muss dem Ministerin der Gesundheit erklären, warum wir keinen Pie haben. Und warum macht die nicht einfach ihren Scheiß-Kuchen selber, hm? Ja, so perfekt ist das ja alles nicht. Ich möchte weg hier. Bitte. Lass mich einfach weg. Verrückt, was ist das denn? Kann ich da hoch gucken? Hui. Oh Gott, ist das laut. Kann ich das bitte? Ich kann hier nichts machen, oder? Ähm. Ich bin wieder Arbeiter, vielleicht? Was habe ich hier getan? Sorry. Doch. Ich habe nichts getan. Dein Kumpel schläft. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Dein Kumpel schläft. Alles klar. Nimm da rein. Du gehst jetzt ja. Ich habe nichts getan. Du gehst, ich habe nichts getan. Du gehst jetzt nicht. Ich hab' ich mit dir hier nicht. Ich hab' die Klappe. Das ist doch... Dann los. Oh, da kommen ja immer mehr. Ich hab' die Klappe. Okay, ich hab' die Klappe. Ich hätte ihn weg tun sollen. Naja. Komm, put put put. Ja, komm. Das ist doch nicht wahr, wo kommt die denn alle her? Du musst hier, glaube ich, im Parade-District erst mal aufräumen, wa? Was sollte das denn? Was sollte das denn? Hat dir das deine Mutti gezeigt? Geht mal so mit Leuten um. Tja. Ja, damit wäre die Belegschaft wohl schon mal weg, wa? Upsi. Und dabei bin ich doch so unauffällig gekleidet. Ja, okay, bin ja schon auf dem Weg. Ja, okay, ich, äh... Ja, ja, okay, ich, äh... Wie kann ich da sein? Das Glas sieht ziemlich solid. Ich muss eine Schäden um es zu verbrechen. Oder ein Körn. Es scheint, dass es ein Körnchen ziemlich großartig ist. Ich muss ihn rotieren, aber es ist auf einer Plattform-Circular. Hat jemand gesehen Hargreaves lately? In den letzten Wochen oder so? Okay. Boah, ist doch nicht wahr. Darf ich hier wenigstens mehr rein, yo. Der hat uns nicht gesehen, aber wir sind hier sowieso auch voll unauffällig. Oh, du hast uns nicht gesehen. Und da muss ich noch rein. Huch. Komm raus. Hahaha. Keiner da. Gut. Hier ist ja eh keiner drinnen, gerade hoffentlich. Ich will das alles mitnehmen. Ich habe inzwischen nämlich wieder Platz. Und da muss ich die ganze Scheiße reparieren, die die Leute da nicht hinkriegen. Oh, hier war einer drinnen. Guck mal. 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 Und wie? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, jetzt wird nichts weg. Was ist das? Was ist das? Ach ja. Was? Schwarz. Er ist tot? Ah ja ok. Wie ist er? Komm, lang da! Du kommst! Ach, das kann ich überhaupt gar nicht, oder wie? Oh, ich brauche das Gelbe. Huch! So. Und das Gelbe... Ach! Da... Dann dreh ich das... Soll ich mich vielleicht auch mal heilen? Ja, super! Soll ich mich vielleicht auch mal heilen? Ach... Gib mir Grün! Das macht einfach überhaupt nix. Ich mache mir darüber mal Gedanken. Und... Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!